Wir sind sehr interessiert, wie die Technologien, die unsere Leben in den letzten 10, 20 Jahren verändert haben, jetzt in den physischen Raum. Die Automobilindustrie ändert sich permanent und diese Zukunftsthemen werden immer wichtiger. Aber wir wollen als Opel diese Innovation allen zugänglich machen. Die Zukunft gehört uns allen, ist so eine tolle Botschaft in der schwierigen Zeit und ich glaube, dass das extrem helfen wird. Wenn all die Branchen um uns herum unter Nutzung dieser digitalen Daten, die da kommen, adaptiv werden, individuell und situativ, dann sind selbstfahrende Autos die Antwort in ihrer Branche darauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017